Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hypixel Jetzt muss ich erstmal nachdenken Und diesmal spielen wir Naja, Paintball Ägypten Kennen wir hier jemanden? Nein Doch, Captain America, oder? Ne, fuck Haha, no skin No skin No skin noob Geh weg Bin ich, bin ich grün? Geil Ah, ich bin sexy Ich bin grün Oh, hier musste ich das Wasser noch bearbeiten In der Textur Oh Sand wird auch noch überarbeitet Alles Und jetzt los Und jetzt los Geh 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 Hm, also ich muss das Gras abändern, den Sand vielleicht noch ein bisschen. Okay, Uff. 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 Ich brauche Schneebölle. Pst, pst, pst. Nee! Ich brauche einen Schneebölle. Jetzt habe ich wenigstens mehr Schneebölle. Sieben Kills. Das geht ja eigentlich, ne? Wo kommt die denn hier? Puh, ja auch 140 Coins, das ist gängig. 8 Kills, bei Paintball. Ich bleib hier, so, Spend your Coins, blablabla, ähm, ähm, hab jetzt irgendwo hingeklickt. Dieses Texturenpack müsste ich mal auf Hexit umrüsten. Werde ich, glaub ich, heute mich auch mal dransetzen, nach dieser Aufnahme. Piss dich. Piss dich. Piss dich. Piss dich. Piss dich. Piss dich. Piss dich, Schwuchtel. Schwuchtel eindeutig. Wartet mal Ja, ich weiß, ich hab'n geilen Skin Hm, hm Oh Oh, what the fuck Ich bin lila Ich bin lila Man muss ja gucken, ob man jemanden trifft Komm Was backst denn du eigentlich so rum Komm Oh Leckt mich Mm-hmm 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 Bist, bist, bist. Was ist denn hier los? Ja, ich war jetzt ein bisschen länger ruhig. Ich hab gedacht, wenn ich ein bisschen ruhig bin, schaffe ich vielleicht ein paar Kills, aber nö. Mensch! Mensch! Wie viel? Fünf. Oh. Ich werd besser. Oh, da stand genau jemand neben mir. Scheiße. Dass ich das aber auch nie hinkrieg, ne? Oh. 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 Das war's. Gib mir endlich den verfluchten Stäbel! Hey! Mensch! Boah! Luck-Shot. Oh ja, geil. Oh ja, geil. Hä? Jetzt reicht's. Jetzt machen wir mal einen Trip, den ich nie mache. Du-du-du-du-du-du-du-du-du! Den hab ich doch. You were fracked from bl-bl-bl-bl. Alter. Es geht gar nicht. Toll, die einen haben grün, die einen haben gelben. Gut, so leicht grün. Ich hab Zeit hier. Pinball ist nix für mich. Seh ich grad so. Oder? Ne. Und an der Stelle verabschiede ich mich und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüüüüüüüüüss.